Wie geht's euch? Ich hoffe, euch geht's sehr gut. Ich bin Eva und ich mache YouTube-Videos über vegan, roh vegan und andere Themen. Und das heutige Video wird praktisch so ein Anfänger-Guide für Personen, die vegan werden wollen. Und ich habe 10 Tipps vorbereitet, die ich gewünscht hätte, dass mir jemand erzählt hätte, als ich vegan geworden bin. Ich glaube, dann wäre es einfacher geworden. Der erste Tipp ist, dass man offen sein sollte, weil es gibt so viele falsche Stigmen über vegan, dass es ungesund ist, dass es zu teuer ist, dass es oder dass man Proteinmangel hat, dass man, weiß ich nicht, irgendwie, also es gibt auf jeden Fall viele falsche Stigmen, als es aber nicht der Fall sein muss. Weil vegan hat mir so viel gegeben, also von mehr Ausdauer, schönere Haut, schönere Haare, mehr Energie, mehr Weltblick und so weiter. Also es ist ziemlich cool gewesen. Und ich finde auch, wenn man so eine Mentalität umstellt von, ach ich muss auf Pizza verzichten, ich muss auf Käse verzichten, zu hin. Ich kann viel mehr oder ich kann neue Rezepte ausprobieren, die vegan sind, weil, um ehrlich zu sein, es gibt so viele verschiedene Gemüsesorten und Obstsorten, die man noch nie ausprobiert hat oder verschiedene neue Rezepte. Das war bei mir zum Beispiel so, bevor ich vegan geworden bin, habe ich mich sehr, sehr einseitig ernährt von Fastfood oder von zum Beispiel Fleisch, also Wurstbrot am Morgen, vielleicht Wurstbrot auch am Abend. Also es war auf jeden Fall einseitig und dann bin ich vegan geworden und habe angefangen zu kochen und ganz, ganz viele neue Rezepte ausprobieren. Also ich habe viele neue Sachen ausprobiert und auch viele neue Obst- und Gemüsesorten ausprobiert und eigentlich habe ich mich dann viel, viel verschiedener ernährt. Also es war ganz interessant. Der zweite Punkt ist, dass du ein bisschen nicht so streng mit dir selber sein solltest, weil, um ehrlich zu sein, wenn du vegan wirst, ist es schon eine große Umstellung, vor allem für Leute, die vielleicht 30 oder 40 Jahre lang sich anders ernährt haben. Also es ist einfach eine komplette Umstellung, wie man sich ernährt. Das heißt, es braucht einfach Zeit, dass man irgendwie lernt zu kochen oder neue vegane Rezepte ausprobiert, Alternativen sich raussucht oder dass man sich auch informiert. Es braucht alles Zeit. Und es kann auch vielleicht am Anfang ein bisschen überwältigend sein, vor allem mit so neuen Strömungen wie Minimalismus, Zero Waste oder dass man zuckerfrei sein will oder und so weiter und so fort. Also dass man einfach Schritt für Schritt alles angehen muss und du musst auch nicht von heute auf morgen vegan sein, sondern du kannst es wirklich über Wochen machen, über Monate machen, über Tage machen, so wie es dir am besten passt. Für mich war es auf jeden Fall auch nicht von heute auf morgen, sondern es war ein längerer Prozess. Schau einfach, was für dich am besten passt und gib dir dann auch selber die Zeit dafür. Der nächste Punkt ist, dass du auf jeden Fall veganes Zeug daheim haben solltest, weil wenn du nichts Veganes daheim hast, bist du viel, viel leichter oder gehst du viel, viel leichter wieder zu tierischen Produkten zurück, besonders wenn deine Familie nicht vegan ist oder du mit Freunden wohnst, die nicht vegan sind. Also schau einfach, dass du Reis, Bohnen, Nudeln, Gemüse und Obst daheim hast, dass du immer was Veganes daheim hast, wo du zurückgreifen kannst. Der nächste Punkt ist Punkt Nummer vier, dass vegane Alternativen eigentlich ziemlich cool sind. Vor allem, wenn man diesen Fleischgeschmack vermisst oder Wurst vermisst oder sowas, es gibt mittlerweile so coole Alternativen. Zum Beispiel, wo ich vegan geworden bin, gab es noch nicht so viele Alternativen, aber mittlerweile gibt es ja vegane Käse, die 1 zu 1 so schmeckt oder vegane Wurst, die eigentlich auch so schmeckt. Also es gibt so viele coole Alternativen, die ich echt empfehlen kann. Und klar sind sie vielleicht nicht das Gesündeste, aber ich glaube, sie sind immer noch gesünder als so tierische Produkte. Und vielleicht einmal in der Woche oder alle zwei Tage oder sowas kann man sich das, glaube ich, schon kaufen. Dann der fünfte Punkt ist, dass man vielleicht ohne eher langsamer isst, also halt, dass man nicht gleich ganz viel ohne isst, sondern dass man es eher langsamer angeht, weil für viele Menschen, die in die vegane Diät einsteigen, kann es zu Blähungen verursachen, weil der Körper nicht an so viele Ballaststoffe gewohnt ist. Weil wenn man vegan wird, isst man meistens auch mehr Ballaststoffe, also mehr Obst und Gemüse und da muss der Körper erst diese Bakterien aufbauen und bilden, damit er die Ballaststoffe gescheit verarbeiten kann und es braucht einfach Zeit. Dass man da einfach zum Beispiel nicht rohen Brokkoli oder rohen Blumenkohl oder sowas isst, sondern die eher ein bisschen noch erhitzt. Genauso, dass man nicht zu viele Bohnen gleich auf einmal isst. Der sechste Punkt ist, dass man drei oder zwei Lieblingsrezepte sich aussucht, auf die man dann immer zurückgreifen kann. Zum Beispiel Avocado Toast hat mir viel gebracht oder dass einfach schnelle, einfache Rezepte, die mega lecker sind und nicht viel Zeit dauern, dass man die einfach in seinem Fokus hat, weil wenn man dann richtig im Stress ist oder so, dass man dann einfach darauf zurückgreifen kann. Und es gibt ganz, ganz viele Rezeptideen auf YouTube, auf Instagram, auf Pinterest. Man muss einfach nur eintippen, vegane Rezepte und dann kommen ganz, ganz viele. Der siebte Punkt, den ich mit euch teilen will, ist, dass man auf seinen Hunger hören sollte. Weil pflanzliche Ernährungsmittel, Nahrungsmittel haben einfach nicht so viele Kalorien wie zum Beispiel Fleisch oder Käse oder so. Das heißt, du musst öfter oder du kannst öfter am Tag essen. Genau, das war bei mir so, wo ich mir dann dachte, jetzt bin ich schon wieder hungrig. Soll ich was essen? Ja. Also wenn du hungrig bist, isst auf jeden Fall was. Das ist überhaupt kein Problem. Der achte Punkt ist, es ist wichtig, dein Warum zu wissen. Also dein Warum kann alles Mögliche sein. Zum Beispiel für die Umwelt, für die Tiere, für deinen Gewichtsverlust, für schönere Haut, für mehr Energielevel. Genau, also alles Mögliche kann es sein. Aber wenn man das einfach weiß, sich darüber informiert, ist es viel, viel einfacher, wenn man zum Beispiel Kritik bekommt oder wenn Leute einen befragen, warum man vegan ist, man da dann einfach dran bleibt. Und was mir auch viel geholfen hat, wenn man konstant inspiriert bleibt. Weil ich finde, der Mensch ist einfach so darauf bedacht, dass er halt Sachen wieder vergisst. Das heißt, wenn du nicht irgendwie veganen YouTubern oder sowas folgst, kann es passieren, dass du wieder zurückgehst zu tierischen Produkten, weil du einfach die Inspiration nicht hast. Der neunte Punkt ist, dass du nicht so sauer auf dich selber sein solltest, wenn du mal tierische Produkte isst. Weil es kann passieren, vor allem wenn man noch nicht so viele Informationen hat oder unsicher ist, dass man dann mal tierische Produkte isst. Zum Beispiel war es bei mir so, da war ich vegan, war bei mir noch ziemlich unsicher, ob das überhaupt wirklich wichtig ist, sich vegan zu ernähren. Und habe dann immer, wenn ich bei Freunden war, was nicht so oft war, aber manchmal habe ich dann noch, keine Ahnung, Käse oder irgendwie sowas gegessen. Also kein Fleisch, aber Käse. Aber wie gesagt, es war nicht oft und klar, ich habe dann gelernt und so weiter, dass es auf jeden Fall eine coole Ernährungsform ist, auf die man stolz sein sollte. Und ganz ehrlich, ich finde, es braucht eh schon ganz viel Mühe und ganz viel Mut, dass man gegen Familie oder gegen Freunde oder gegen die Gesellschaft steht und einfach sagt, ich finde, Veganismus ist weniger Tierleid, deswegen mache ich es. Und es braucht schon, finde ich, sehr viel Mut und ich finde, da kann man schon stolz auf sich selber sein. Und der zehnte und letzte Punkt, den ich teilen will, ist die vegane Message eher mit Liebe zu verbreiten. Hört sich vielleicht ein bisschen cheesy an, aber bei mir war es so, ich habe nicht viele Leute gepusht eigentlich, weil ich ziemlich schüchtern war, aber meine Mom habe ich ein bisschen gepusht und es hat nicht so viel gebracht. Also sei nicht so der böse Veganer, sondern sei eher der liebe, nette Veganer, der andere Leute inspiriert durch sein Beispiel. Das waren die Punkte, die ich wünschte, dass mir jemand erzählt hätte. Genau, und wenn euch das Video gefallen hat, was ich hoffe, dann könnt ihr dem Video einen Like geben und mich abonnieren. Ich würde mich sehr, 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 sehr freuen. Und ja, genau, ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen sehr schönen Tag. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.